Der letzte Part. Das Finale. Eure Angriffe können Maltail verletzen. Aspekt des Todes. Ja, das habe ich auch gerade gelesen. Hast du ja auch gewundert, was das ist? Ja, ich habe mich gedacht. Ich habe mich gedacht. Mich gedacht. Oh je, ich habe eine bessere Waffe gefunden. Zeremonienmesser. Cool. Ganz leicht besser. 0, irgendwas. Ich frage mich gerade so. Aber für die Effekte muss ich schauen, was besser ist. Weißt du, das Spawn-Set ist ein Set für Stufe 21. Ja. Ich weiß nicht, das kann ich mich nicht. Ich hoffe sogar noch besser. Das musst du halt abwiegen. Also du gehst zum... Wigding? Ja, genau. Zu Wigding? Mir ist gerade nicht eingefallen wie es heißt. So wiegt die... So bezeichnest du alles. Also ich geh zum... Essen-Ding. Ich geh zum... Achso. Ich dachte, das ist gut, wenn wir verrücken. Scheiz. Ich habe mich jetzt schon so drauf gewollt. Ich erlaube es dir nicht. Ich erlaube es dir nicht. Ich erlaube es dir nicht. Schlechter. Gürtel. Und Gürtel ist... Ich kann ja eh hundert machen davon. Besser. Na bitte. Boah, meine Handschuhe muss jetzt auch gut sein. Nein? Aber nur mal. Dreimal... Beziehungsweise vier Gürtel und... Drei Helme, drei Schuhe und drei... Handschuhe und ich geb auch... Irgendwann... Ich geb über die Handschuhe rauf. Das geht nicht mehr. Das geht nicht besser. Eigentlich müsste es besser sein von... Im Prinzip ja, aber... Scheint nicht so. Ähm... Nein. Weg damit. Ein Gürtel besser. Ist ja auch was. Ich hab drei Legendiere rum. Die Waffen noch nebenhand und die Shooter. Wie viele Legendiere hast du rum? Legendiere. Äh... Zwei. Nein, eins nur noch. Ah, okay. Warte kurz. Ah, du bist ja noch geil. Ja, ich hab grad geschaut und... Ich steh beim Koloss schnelles um, dass er auf Evite besser ist. Und auf Posse. Ja, ja. Mach das. Hm. Wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, dann seid ihr gegen tödlichen Schaden immun. Hm. Also... Nahtod halt. Ich überleg, kann euch noch was umgehen. Aber ich glaub Schutz ist für uns gut. Ja... Wir werden das schon schaffen. Gehen wir. Wieso? Wenn du mir unten sorgst, ist es dich noch. Hupps. Danke. Um. Ich weiß es. Das ist so neudiges. Der Seelenstein ist in Sancturario. Bald wird das Blut der Dämonen aus der Schöpfung hin fortgespült werden. Ihr werdet die Letzte auf der Art sein für einen kurzen Moment. Der Tod überkommt euch, Nephalem. Da und da haben da haben. Bis heute geht es eben nicht. Nein, wir haben ja gerade das Tag von mir vorhin. Ah ja, ich weiß nicht, der muss stehen. Der sollte man stehen. Ah, ich komme nicht weg. Ah, ich komme nicht weg. Vorsicht, meine Viecher sind jetzt da. Wow! Das war jetzt knapp, Alter. Ja. Wie viel Leben hast du noch? Äh, nur wenig, also viertel Leben. Vorsicht, Totenköpfe. Ja, war eigentlich nicht klar. Schock war das jetzt wieder einmal. Vorsicht, Totenköpfe. Ah nein, sie sind eh schon weg. Jetzt kommen sie nach. Wow! Volle Freizeit. Okay, erste Phase. Nichts für Spinner. Zweite Phase, nein. Jetzt kommen die Klopten. Jetzt kommen die, die wir hochgestorben sind. Scheiße, ich habe kein Pferd. Ach, nein. Das wird euch nicht retten. Scheiße. Ich muss jetzt ohne spielen, hilft nichts. Ja, muss ich mich halt gescheit positionieren. Ja. Nicht zu weit außen, das heißt, der renzt zu mittig. Im inneren Gras. Und dann gut rennen. Ja. Vorsicht, mittig. Links, 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 links. Der Tod verschlebt alles. Ah. Jetzt wieder alles so viel mit diesen Temperaturen. Ja, der Fall ist eh tot. Ich war alles voll. Hast du wieder einmal... Ja, du musst dich. Ach so, Voodoo. Ja. Ja, klar. Jetzt geht's jetzt. Wohin. 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 Stell mal kurz. Boah, ich bin zu groß mit dem Mond. Wohin jetzt da. Bäh. Traf, 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 traf. Jawoll. Ja. Aber einmal war kritisch, einmal war kritisch. Bei dir. Ja. Bei dir nicht. Ich erzähle dich. Ja. 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 Allein der Kampf jetzt auch gut. Feindlerst du. Nur scheiße, ich sag's dir. Nichts gescheit. Einlegen. Ja, wir sind keine siebziger. Siebziger. Nur bei siebziger kriegen wir fix zwei? Keine Ahnung. Ein Stab habe ich gekriegt. Das ist ein Scheiß. Hey, aber ich habe allgemein... Gelbesuch. Ich habe fünf... Aber zweihand. Oder 50% Schaden. Aber zweihand. Aber zweihand. Das ist ein Scheiß. Bring doch die was. Na. Weil die Postmanagementstab. Ich habe ja schon, oder? Na. Ja. Zweihand. Zweihand. Ja. Hat Vorteile. Öff. Tausend Schaden, wenn ich das auch wieder tue. Was? Ja. Sonst habe ich... Sieben das noch drunter. Ich glaube ich lost. Ich tue den wieder auf. Ich habe aber jetzt Mojo nicht mehr. Und somit muss ich dann wieder umrüsten. Ja. Ja. Es gibt immer Nachteile. Ja. Ja. Ich habe einen Legendary und das ist so beschissen. Aber Hauptsache... Ja, ich habe auch noch eins. Drei... Drei Gelbe sind besser. Drei ist... Meine alten Schuhe. Meine alten Schultern. Und meine alte Waffe. Ich habe nämlich auch eine bessere Waffe. Drei mal? Ja. Wart. Na. Hörst du mich? Wisst du was machen? Ich habe mich jetzt schon verabschiedet. Achso. Dann wurde Diablo durch Maltails Tod entfesselt. Er ist frei. Also. Bis zum... Nimmst du die Kredits damit dafür? Ja. 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 Dann bis dann. Wenn wir ein Projekt machen. Vielleicht. Und wir schauen auf LB 70. Gut. Tschau. Tschau. Ok. Die Nephilim hat das Unmögliche geschafft. Sie hat den Tod besiegt, die Schuld der Engel getilgt und die Menschheit gerettet. In diesem Augenblick des Triumphes sah ich die Nephilim in einem neuen Licht. Sie ist eine Heldin, die die Mächte von Himmel und Hölle zu besiegen vermag. Ein Kreuzritter, der die Unschuldigen beschützt. Doch sie ist sterblich. Und wird eines Tages in Versuchung geführt werden. Wird sie widerstehen können, wenn jener Tag kommt? Oder unser Schicksal besiegeln?